Als erstes lese ich morgens natürlich die Zeitung, um mich zu informieren. Klar, man ist ja politisch interessierter Bürger. Da steht wieder mal nur Scheißdreck drin. Ich meine Leute, die wirklich für die Demokratie ackern. Von den aktuellen Politikern fällt mir da jetzt gerade keiner ein. Wenn dann Leute wie die AfD kommen und sagen, lasst uns das Grundgesetz ändern, also Demokratie, wie wir sie verstehen, dann muss man denen ganz klar sagen, nee, Arschlecken.